Willkommen zur Episode 5.2. Wir schauen uns ja gerade verschiedene Einflussfaktoren auf individuelles Umweltverhalten an und wir sind jetzt bei sozialen Normen angelangt. Die vorige Episode 5.1, die hat sich an Einstellungen gedreht. Wir haben uns ein- versus mehrdimensionale Einstellungsdefinitionen angeschaut und sie haben die Einstellungsverhaltenslücke kennengelernt. Jetzt soll es um soziale Normen gehen. Da ist vor allem die Unterscheidung zwischen Deskriptiv und Preskriptiv wichtig und weil es ein sehr viel beforschtes Feld ist, gibt es sehr viele empirische Befunde zur Wirkweise von sozialen Normen. Da werde ich Ihnen mal die klassischen Experimente vorstellen. Und wie immer gibt es eine dritte Episode mit einem Rückblick und einem Praxiselement zu diesen beiden Themen. Die Lernziele von der aktuellen Episode. Sie wissen, was soziale Normen sind und sie lernen ihre verschiedenen Formen kennen. Und sie verstehen die Wichtigkeit sozialer Normen für die Förderung nachhaltigen Konsumverhaltens und sie lernen klassische Experimente zur Wirksamkeit sozialer Normen kennen. Wenn wir uns nochmal auf das Metamodell von Episode 4.2 zurückerinnern, dann sind wir jetzt eben hier oben bei diesem Prädiktor, dieser Einflussvariable soziale Norm, die eben auch schon in der Theory of Planned Behavior ein Teil ist. Und die werden wir uns mal genauer anschauen. Also wie eine Art Lupe nehmen und mal genauer die Befunde anschauen, die es zu dieser Variable gibt. Was sind soziale Normen? Das sind Regeln und Standards, die von Mitgliedern einer Gruppe verstanden werden und soziales Verhalten und jetzt wichtig ohne Gesetzesgewalt leiten beziehungsweise einschränken. Also es geht nicht um Dinge, die direkt verboten sind, sondern die sagen geboten sind, die wir halt so machen. Weitere Merkmale sind, die können bewusst wirksam sein. Also dass jemand explizit uns darauf hinweist, das machen wir jetzt hier aber so. Oder die Regeln, die wir hier einhalten, die sind so und so. Oder unbewusst, implizit, dadurch, dass wir einfach andere beobachten und merken, die machen das jetzt einfach so, dann mache ich das auch mal. Und dann sind Normen immer gesellschaftlich oder kulturell geprägt und können eine unterschiedliche Reichweite haben. Also die können sagen, in einer bestimmten Region nur gelten oder in einem bestimmten Landstrich oder auch in einem größeren geografischen Rahmen. Wenn wir uns dann mal ein Beispiel angucken aus der Fahrradwelt, dann sehen Sie hier auf der linken Seite ein Bild von einem Fahrradweg in Kopenhagen. Da hat sich eine soziale Norm, ein Standard durchgesetzt, dass man Fahrrad fährt. Dort fährt über die Hälfte der Bevölkerung Fahrrad. Und da würden Sie so eine Szene, wie hier rechts zu sehen ist, in Berlin fotografiert, nicht beobachten können. Nicht nur, weil es verboten ist, einen Fahrradweg zuzuparken, sondern weil es undenkbar wäre, Sie sagen, auf so eine Art gegen die soziale Norm zu stellen und so vielen Menschen den Weg zu verstellen. Ich habe Ihnen mal noch ein paar andere Beispiele für eine soziale Norm mitgebracht. Mehrwegkaffeebecher. Ja, das ist was, das hätten wir vor 20 Jahren noch überhaupt nicht gebraucht, weil allein die Verhaltensweise, dass wir nämlich uns nicht die Zeit nehmen, für einen Kaffee uns hinzusetzen, sondern den To-Go mitnehmen, das hat sich erst mal hier durchsetzen müssen als eine soziale Norm, als ein Verhalten, was wir üblicherweise zeigen. Und wie sich jetzt in der Zeit auch zeigt, ist das auch was, was sich wieder ändern kann, weil jetzt mit Corona eben zum Beispiel aufgekommen ist, dass wir gar nicht mehr so viele Mehrwerksachen benutzen sollen, weil natürlich die Ansteckungsgefahr wieder steigt. Also eine soziale Norm ist auch dem gesellschaftlichen Wandel und aktuellen Entwicklungen unterworfen. Das sieht man auch beim nächsten Beispiel. Da geht es mir vor allem um die Tätowierung, die diese Frau hat. Das wäre eben auch noch ein paar Jahrzehnte zurück undenkbar gewesen, dass auch Frauen sich auf so eine Art tätowieren und Menschen, die vielleicht nicht Gefängnisinsassen sind. Während wir jetzt, zumindest in Berlin zum Beispiel, sehr viele Menschen mit sehr offensichtlichen Tattoos eben auch, zum Beispiel im Halsbereich oder Gesicht oder Händen sehen. Die Frau hier nebendran, die repräsentiert eher eine Norm, eben genau zu sagen, naja, so läuft man eigentlich nicht rum. Und vielleicht auch noch andere Normen zu beobachten, was man eben auf der Straße tun oder lassen sollte. Also hier repräsentiert durch vielleicht eine ältere Generation, die auch gern beobachtet, was andere so tun. Oder ein weiteres Beispiel ist, wie wir uns an Tisch verhalten. Ja, das wurde ja in einem bis heute bekannten Werk von Knicke von vor über 200 Jahren ja zum ersten Mal so zusammengefasst. Wie geht man mit anderen Menschen um und eben was sind angesehene Formen oder nicht Formen, die sich vor allem zum Beispiel in Tischmanieren ausdrücken. Wir in Deutschland essen zum Beispiel mit Messer und Gabel und der eine oder andere benutzt auch eine Serviette, während zum Beispiel in anderen Gesellschaften andere Werkzeuge zur Verfügung stehen oder eben auch mit den Fingern gegessen wird. Wie Sie an diesen unterschiedlichen Beispielen schon sehen, haben manche dieser Normen eher was, was sozusagen zeigt, was andere tun, zum Beispiel Kaffeebecher benutzen, oder was andere denken, was man tun sollte, nämlich mit Messer und Gabel essen. Und das sind zwei unterschiedliche Formen von sozialen Normen. Die nennen wir in der Forschung zum einen Deskriptiv, das heißt erst mal nur beschreibend. Also was machen denn die anderen? Wie verhalten sich die anderen? Also das ist im Prinzip alles, worauf es passt, sondern das machen ja alle so. Nach so einem coolen Tattoo würde ich auch gern haben. Und wenn Sie sich umschauen, einfach zu sehen, zum Beispiel, wie viele Solarpanele sind denn hier schon auf den Dächern installiert? Da wird eben einfach beschreibend weitergegeben, was so gang und gäbe ist in einer bestimmten Gegend oder in einer bestimmten Gruppe. Bei preskriptiven Normen, das heißt also eigentlich verschreibend, das ist, was andere gut und richtig finden. Also wie sollte man sich denn verhalten? Das ist die Oma, die aus dem Fenster guckt und sagt, so läuft man aber nicht rum mit so einem Tattoo. Und meine Enkel, die sollen sich an den Tisch setzen und Messer und Gabel essen. Und so eine preskriptive Norm für die Umwelt, das wäre, es gibt eine moralische Verpflichtung, wir sollten die Natur schützen. Und diese zwei verschiedenen Arten von Normen, die werden uns nachher auch nochmal begleiten in verschiedenen Experimenten. Aber erst wollen wir uns mal anschauen, was für eine Funktion haben denn soziale Normen? Warum machen Menschen denn das, dass sie anderen Menschen folgen? Und das ist zum einen der Grundeinfluss, der normative Einfluss. Dass wir uns anderen anschließen wollen, das liegt auch an einem Wunsch nach sozialer Akzeptanz. Also es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass andere uns mögen, wenn wir uns genauso oder konform verhalten, wie was die Mehrheit macht. Und das unterliegt zum Beispiel vielen Modeerscheinungen. Ja, ob das jetzt ein Becher sind oder Tattoos, da sagen, wir wollen auch dazugehören und kleiden uns oder schmücken uns sonst irgendwie ähnlich wie eine bestimmte Bezugsgruppe. Aber darüber hinaus gibt es auch noch wirklich einen informativen Einfluss. Und das heißt, wir können aus dem Verhalten, das andere zeigen, auch Informationen ziehen über das, was angebracht ist. Und das, was andere machen, das ist informativ, das hilft uns in der Welt zurechtzukommen. Da können Sie sich mal als Beispiel vergegenwärtigen, Sie kommen in einem Bahnhof an, wo Sie noch nie zuvor waren. Ja, Sie fahren nach Bitterfeld, waren Sie noch nie. Was machen Sie? Sie gehen erst mal allen anderen hinterher, die aus dem Zug aussteigen und folgen denen bis zur Tür, weil Sie die Information daraus ziehen, wie die anderen sich verhalten. Und das gilt noch stärker, wenn Sie an Reisen in andere Kulturkreise denken. Ja, jedes Mal, wenn Sie aus Ihrem eigenen Kulturkreis, wo Sie Ihre eigenen Regeln und Verhaltensstandards kennen, rausgehen, dann ist es im Prinzip sehr informativ, sich erst mal daran zu halten, was alle anderen machen. Dann haben Sie eine gute Chance, dass Sie sich eben angebracht für dieses soziale Setting dann verhalten. Zu den Funktionen von sozialen Normen gibt es sehr viele empirische Studien. Ich möchte Ihnen mal eine klassische Studie vorstellen, die eben ein bestimmtes umweltrelevantes Verhalten untersucht hat, nämlich die Mehrfachbenutzung von Handtüchern. Das ist also die bekannte Handtuchstudie von Cialdini, Goldstein und Cialdini et al. Und die Frage war, motivieren soziale Normen zu nachhaltigem Verhalten? In dem Fall ging es darum, dass man in einem Hotel sein Handtuch eben mehr als einmal benutzt und nicht gleich wieder in die Wäsche gibt. Und da wurde eben verschiedene, die Information wurde manipuliert zur deskriptiven Norm, also zu der beschreibenden Norm, was machen andere. Und da gab es verschiedene Bedingungen. Die erste Bedingung war eine Standardnachricht. Da wurde überhaupt nichts gesagt von irgendwelchen anderen Leuten, sondern da wurde sowas, kennen Sie auch vielleicht so Hänger oder Informationsblätter in einem Hotelzimmer, da stand dann nur was, ja, es ist immer gut, die Umwelt zu schützen. Wir waschen hier, oder alle Hotels zusammen waschen hier vier Tonnen Handtücher täglich, tun Sie auch was für die Umwelt und benutzen Sie Ihr Handtuch mehrmals. Und in einer anderen Bedingung wurde eine kleine Zusatzinformation, also relativ gleich aus dieser Zettel, nur stand zusätzlich 75 Prozent unserer Gäste, die benutzen ihre Handtücher auch mehr als einmal. Und das gibt es einmal in einer globalen Form und einmal in einer lokalen Form. Und global wäre, alle Gäste in unserem Hotel, die benutzen ihre Handtücher, oder 75 Prozent benutzen ihre Handtücher mehrmals. Und lokal wäre noch näher, also noch enger, 75 Prozent, die in ihrem Zimmer übernachtet haben, die benutzen ihre Handtücher auch mehrmals. Und jetzt sollten wir denken, so ein kleiner Unterschied soll das einen Unterschied machen im Verhalten. Und jetzt zeige ich Ihnen mal die Ergebnisse. Und hier sehen Sie, dass die Leute, also ganz links, die die Standardinfo bekommen haben, die haben ihr Handtuch mehr oder weniger einmal benutzt. Wenn sie die Information bekommen haben, 75 Prozent im Hotel machen das aber mehrmals, dann ist die Rate gestiegen, in der sie ihre eigenen Handtücher wiederverwertet haben oder wieder benutzt haben. Und wenn die Information anstatt Hotel Raum hieß, dann hat sich diese Rate nochmal gesteigert zu fast eben zwei Tagen. Und das ist eigentlich schon erstaunlich, dass so eine kleine Informationsmanipulation eben so Verhalten verändern kann. Das heißt, hier wurde gezeigt, dass je näher uns die Menschen sind, die ein bestimmtes Verhalten zeigen, in dem Fall das Handtuch nochmal zu benutzen, je stärker ist der Einfluss. Und was hier interessant ist, dass das sogar funktioniert, wenn die Variable, auf der hier verglichen wird, die ist ja total zufällig. Ich habe zufällig im gleichen Hotelzimmer übernachtet. Ja, das ist ja noch nicht mal eine soziale Vergleichbarkeit, sondern wir sind hier zufällig im gleichen Hotel gelandet. Allein das hilft schon, dass ich mich mit diesen Personen, die ich noch nicht mal kenne, identifiziere. Und anscheinend das gleiche Verhalten öfter an den Tag legt. Es gibt dazu noch mehr Experimente, die das auch mal an einem näheren Aspekt versucht haben. Und diesmal an einem anderen Verhalten, nämlich an Verpackungsmüll. Da wurde versucht zu motivieren, dass Menschen verpackungsarme Produkte kaufen, also im Vergleich zu sehr verpackungsintensiven Produkten. Und in dem Werbefilm oder in der Informationssendung, die für diese verpackungsarmen Produkte geworben hat, da wurde das Alter variiert. Und es konnte gezeigt werden, je ähnlicher das Alter der werbenden Person mit der Zielgruppe war, desto stärker konnte die Kaufintention erhöht werden von der Person. Also das heißt, hier wurde der Ähnlichkeitseffekt, wie wir das nennen, repliziert, also wiederholt in einer zweiten Studie. Also generell ist es dieser Effekt, dass je näher oder ähnlicher uns die Menschen sind, die ein bestimmtes Verhalten zeigen, desto stärker ist der Einfluss auf unser Verhalten. Und beim Alter kann man sich das als Variable vielleicht noch sehr viel besser vorstellen. Sie können sich ja auch denken, ich schätze mal, die Zielgruppe ist hier vor allem Studierende, dass ihre Kommilitonen sie auch stärker beeinflussen in ihrem Verhalten, als jetzt zum Beispiel ihre Oma oder die Freunde ihrer Oma aus der übernächsten Generation oder aus der vorletzten Generation. Das heißt natürlich, identifizieren wir uns stärker mit Menschen, die uns zum Beispiel in dieser Variable Alter eben stärker ähneln. So, das waren jetzt beides Experimente zu einer deskriptiven Norm. Ja, da wurde einfach beschrieben, was andere machen. Aber was passiert eigentlich, wenn deskriptive und preskriptive Normen, also was wir tun sollten, im Konflikt stehen? Und dazu gibt es verschiedene Beispiele. Ich würde Ihnen jetzt einen Werbespot nahelegen. Das ist der jetzt oben verlinkte YouTube-Video. Heißt im Original The Crying Indian, also der weinende Ureinwohner. Und ich würde gerne, dass Sie diesen kurzen Clip anschauen. Das sind nur anderthalb Minuten. Und sich beim Anschauen überlegen, was ist denn hier die deskriptive Norm, also die beschreibende Norm, was tun die gezeigten Menschen? Und was ist die preskriptive Norm? Also was ist diese verschreibende Norm, was wir tun sollten? Und wenn Sie noch Interesse haben, können Sie das auch mit einem zweiten Clip machen, der unten verlinkt ist vom WWF. Da ist es nicht ganz so offensichtlich, aber man kann auch eine deskriptive und eine preskriptive Norm eben aus diesem Clip herausziehen. So, wenn Sie die Clips jetzt geschaut haben, dann gebe ich Ihnen mal mit, was wir aus diesen zwei verschiedenen Normarten aus diesen Clips gesehen haben. Die deskriptive Norm bei dem weinenden Ureinwohner ist eben eindeutig die Verhaltensweise der typischen Menschen. Der Clip ist ja aus den 70er Jahren. Die Umwelt wird verschmutzt, die werfen Müll aus dem Auto, es zeigt diese ungefilterten Industrieemissionen. Und die preskriptive Norm, die wird hier von diesem Ureinwohner verkörpert, der eben für diese eher moralisch geprägte Norm steht, man soll die Schöpfung bewahren und Respekt vor der Natur zeigen. Und das clasht, ja, sagen, in dieser Situation widersprechen sich diese beiden Normen. Also deskriptiv sehen wir, die anderen schmeißen einfach alles durch die Gegend. Und preskriptiv wissen wir eigentlich, wir sollten es nicht tun. Und jetzt ist die Frage, in dieser Situation, was passiert dann? Heben die beiden Normen sich auf oder welche dieser beiden Normen wirkt vielleicht stärker? Und das kann man experimentell eben überprüfen. Und das haben Karin Hammann und Kollegen, auch mit Gerhard Reße zusammen, getan. In einem Experiment, wo es um Wurfsendungen ging. Also da war das Zielverhalten, werde ich gleich zeigen, eben zu versuchen, Papiermüll zu sparen, dadurch, dass man auf Wurfsendungen verzichtet. Und in dem Feldexperiment gab es auch verschiedene Bedingungen. Zum einen wurde, also es wurde systematisch, wurden beide Arten von Norm variiert. Zum einen erstmal die deskriptive Norm. Die wurde dadurch variiert, indem einfach unterschiedlich viele Aufkleber in einem Umfeld platziert werden. Auf diesem Aufkleber stand, bitte keine kostenlose Zeitung und Werbung einwerfen, danke. Und eine starke deskriptive Norm wäre, es gibt total viele Aufkleber. Wie bei uns zum Beispiel in einem Wohnhaus in Berlin. Da haben, ich würde mal sagen, 90 Prozent aller Nachbarn haben so einen Kleber auf dem Briefkasten. Das wäre eine starke deskriptive Norm, wir wollen keine Werbung haben. Eine schwache deskriptive Norm wäre, das haben ganz wenige, das haben nur drei von ihren 20 Nachbarn. Und jetzt wurde zusätzlich noch eine preskriptive Norm variiert, in dem zum einen, also es wurde ein Zettel verteilt mit diesem Kleber, zum einen mit einer Aufforderung zum Umweltschutz beizutragen, dass es wichtig ist, dass man das tun sollte. Das ist eine preskriptive Norm. Und in der anderen Bedingung, also eine andere Gruppe von Menschen hat nur einen Zettel bekommen, wo eine Information drauf stand, über rechtliches zu Werbung. Sie haben das Recht dazu, diese Werbung abzulehnen, dann kriegen Sie auch keine mehr. Das heißt, es gibt ein zweimal zwei Design, also zwei Faktoren, die einmal hoch und niedrig sind, dann kann man die direkt miteinander vergleichen. Und das Zielverhalten, worauf es ankam, was sozusagen gezählt wurde, ist, wie viele Menschen kleben sich diesen Aufkleber auf ihren eigenen Briefkasten. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse angucken, dann sehen wir, also links auf der Y-Achse, wie viele Leute haben sich diesen Kleber dann wirklich aufgeklebt. Wenn wir eine schwache deskriptive Norm haben, ja, wie jetzt auf der linken Seite, dann hilft es, wenn wir diese preskriptive Norm, also die Umweltschutzaufforderung, wenn wir die zusätzlich geben, ja, der hellgrüne Balken ist höher, also der Anteil von Menschen, die den Kleber aufkleben, der ist gestiegen gegenüber dem nur grünen Balken, nur der rechtlichen Hinweise, auf fast 15 Prozent. Aber das Interessante ist, wenn die deskriptive Norm hoch ist, also wenn es im Umfeld viele Kleber gab und dann noch zusätzlich die Umweltschutzaufforderung gegeben wurde, das war der Fall, in dem am meisten Kleber geklebt wurden. Also das heißt, wir gehen ja von einem additiven Effekt auf, wenn die deskriptive Norm, also es sind schon viele Kleber unterwegs, und dann kommt noch eine preskriptive Norm, wir möchten das gerne auch, oder es sollte gemacht werden, dass Sie diesen Kleber aufkleben und somit Wurfsendung einsparen. Wenn diese beiden Normen in die gleiche Richtung gehen, dann ist der Effekt am größten. Und das nennen wir ein Gleichgerichtetheitseffekt. Also, größter Effekt auf Verhalten, wenn die deskriptive Norm, was machen denn die anderen? Und die preskriptive Norm, was sollte man denn machen, wenn sich das entspricht? So, jetzt nochmal vielleicht so eine Art Zwischenfazit, wann beeinflussen soziale Normen denn Verhalten? Gibt es eben verschiedene förderliche Bedingungen. Normen müssen salient sein, ja, also die müssen in einem bestimmten Kontext aktiviert werden. Wir müssen die wahrnehmen können, entweder eben explizit oder implizit. Die Gruppengröße hat einen zusätzlichen Effekt, also je mehr Menschen sich in einer bestimmten Richtung normativ erhalten, umso eher folgt man den Normen. Das heißt, es gibt so einen Gruppeneffekt, dass es ansteckender ist, wenn eine große Gruppe ein bestimmtes Verhalten zeigt. Dann haben wir den Ähnlichkeitseffekt gesehen. Ja, wir folgen eher Normen, die von Menschen unserer eigenen Gruppe gezeigt werden. Und das ist sogar noch stärker, wenn wir die Menschen kennen. Also jetzt nicht nur irgendwelche Gleichaltrigen, die vielleicht aus Versehen im gleichen Hotelzimmer übernachtet haben, sondern den größten Effekt haben uns ähnliche Menschen, die wir auch persönlich kennen. Normen sollten gleichgerichtet sein. Das war jetzt das letzte Experiment. Also die Deskriptive sollte der preskriptiven Norm entsprechen. Und die persönlichen Normen, dazu werden wir in der nächsten Episode noch mehr sagen, die sind auch wichtig. Das heißt, je stärker ich eigene Überzeugungen habe für ein bestimmtes Verhalten, desto weniger werden mich die anderen beeinflussen können. Also besonders anfällig sind Menschen für soziale Normen, wenn sie zu einem bestimmten Verhalten selber ambivalent sind oder das gar nicht so eindeutig wissen, wie sie dazu stehen. So, zu der Frage, wie stark wirken in sozialen Normen. Wir haben jetzt verschiedene Experimente gesehen, dass wir sagen können, mit sozialen Normen können wir ein nachhaltiges Verhalten auf jeden Fall fördern. Aber im Vergleich zu anderen Interventionen, also zum Beispiel, dass wir jemanden Informationen geben oder zum Umweltschutz auffordern, sind da soziale Normen vergleichsweise wenig wirksam oder viel wirksam. Da gibt es eine Studie von Nolan et al., die das auf Energiesparen untersucht haben. Und da wurden fünf unterschiedliche Arten von Informationen gegeben. Also es wurde zum Beispiel gesagt, versuchen Sie doch, Strom zu sparen, um die Umwelt zu schützen. Oder versuchen Sie, Strom zu sparen und Ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen, sagen, dass so etwas wie genug für alle da ist. Oder sparen Sie Strom für Ihr Eigeninteresse, dass Sie Geld sparen. Und wenn wir uns da den Einfluss gegenüber den sozialen Normen, wenn einfach nur gesagt worden ist, die anderen verbrauchen so und so viel Strom, und zwar niedriger als das Durchschnittsverbrauch vorher war, dann zeigt sich, dass sowohl langfristig, das sind die hellgrünen Balken, als auch kurzfristig der Verbrauch bei den sozialen Normen am stärksten zurückgegangen ist. In der letzten Bedingung, wenn wir einfach hören, was die anderen so machen, das spornt uns am meisten an, das auch zu tun. Und interessant ist bei dieser Studie auch noch, dass es den Menschen meist gar nicht klar ist, dass sie so stark nach sozialen Normen sich verhalten. Das heißt, wenn die Probanden noch gefragt worden sind, warum haben sie denn den Strom gespart, dann würden die vornehmlich immer andere Motive angeben. Ja, wegen Umweltschutz wollt ihr Geld sparen, aber wir geben ungern zu, dass wir denken, ja, alle anderen haben es ja auch gemacht. Also wir halten uns für sehr viel individualistischer und nicht so beeinflusst von anderen, als wir das im Grunde sind. So, zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch kurz was dazu erzählen, wie universell wirksam denn soziale Normen sind. Und die schon bekannte Handtuchstudie von Goldstein et al. mit der Information in den Hotelzimmern, das ist schon so eine bekannte Studie, dass die mehrfach repliziert worden ist. Also das heißt, es haben andere versucht, nachzustellen und zu schauen, ob sie den gleichen Effekt finden, was im Prinzip sehr begrüßenswert ist, weil wir dadurch auch verlässlichere Informationen bekommen, wie stabil solche Effekte sind. In dem Fall ist es aber, das heißt leider, aber ist es so, dass sowohl eine Studie von Rehse et al. als auch von Schlüter und Bohner die Effekte nicht richtig replizieren konnten. Also bei Rehse et al., da wurde zumindest noch so ein lokaler Effekt gefunden. Hier in der Mitte sehen Sie also 75% Raum, war noch eine erhöhte Wiederbenutzungswahrscheinlichkeit, aber bei Schlüter und Bohner war es nur eine Marginalerhöhung von der Wiederbenutzungswahrscheinlichkeit. Das heißt, in dem Fall konnten die Normen, also die Effekte von den Normen nicht repliziert werden. Also es ist kein universeller Effekt. Woran das jetzt genau liegt, weiß man in diesem Fall nicht. Vielleicht hat es was mit der Kultur zu tun. Das eine war US-amerikanische Stichprobe, bei den anderen war es eine deutsche Stichprobe. Aber bei so einer Frage, wenn also Effekte untersucht werden, die nicht immer in jeder Studie gefunden werden, da empfiehlt es sich, wie Sie ja schon kennengelernt haben, in der Episode 4.1 mal eine Meta-Analyse zu machen. Und wir gucken uns nicht nur eine Studie an, sondern wir gucken uns ganz viele Studien an, in dem Fall zu Feldexperimenten mit sozialen Normen. Und Bergwiss et al., die haben das ganz neu gemacht, also von letztem Jahr, von 2019, die haben 74 Studien gefunden, die solche sozialen Normen im Feld variiert haben, mit insgesamt 91 einzelnen Experimenten und über 200.000 Einzelbeobachtungen von Verhalten. Also dann ist das natürlich viel verlässlicher, wenn wir jetzt über diese ganzen Studien uns generell fragen, wirken denn jetzt nun soziale Normen auf nachhaltiges Verhalten oder tun sie es nicht? Und was da rausgekommen ist, ist Folgendes, dass nämlich generell soziale Normen wirken. Also das ist jetzt so eine statistische Größe für eine Effektgröße nennen wir das, DEP von Punkt 3 zu 2. Das ist nicht richtig groß, das ist ein kleinerer Effekt. Das heißt, wenn man soziale Normen variiert und sagt, die anderen machen das alles, dann verhalten sich die Menschen ein bisschen mehr entsprechend dieser Verhaltensweise. Was hier aber wichtig ist, ist, dass die Effekte zwischen den Studien ganz stark schwanken. Also man hat von gar keinem Effekt bis zu einem sehr starken Effekt alles Mögliche gefunden. Und wenn es so starke Schwankungen gibt, dann spricht das dafür, dass zusätzliche Einflussfaktoren noch mit einen Einfluss haben. Das sind sogenannte Moderatoren. Und die haben sich noch zwei zusätzliche Moderatoren angeguckt. Nämlich, bei diesen Experimenten waren eigentlich die Normen implizit oder waren die explizit? Und implizit heißt, so etwas wie bei dem Video von The Crying Indian, Leute schmeißen einfach Sachen aus dem Auto und darauf wird nicht explizit hingewiesen, sondern wir kriegen die Norm einfach dadurch mit, dass wir die beobachten. Und explizit wäre so etwas wie ein Informationsblatt in einem Hotelzimmer, die anderen 75%. Und da haben sie eben gezeigt, dass diese impliziten Normen, also die Kaffeebecher, die rumgeschmissenen Müllkippen, was wir halt so beobachten, dass die viel stärker wirken als die explizite Information von einem Informationsblatt. Die anderen machen das aber. Und das wird erklärt, dass sie zum Beispiel vielleicht weniger reaktant darauf reagieren. Also wir wollen uns weniger dagegen wehren, wenn uns jemand sagt, so und so ist es aber, wenn wir es einfach beobachten. Und als zweiten Moderator wurde noch der kulturelle Hintergrund untersucht. Und da zeigt sich interessanterweise, dass es einen Effekt gibt. Also die unterschiedlichen Kulturen, da wirken soziale Normen unterschiedlich stark. Aber interessanterweise entgegen, wie wir das vielleicht denken würden, dass hier kollektivistischer eine Gesellschaft ist, also wir denken jetzt vielleicht an ostasiatische Gesellschaften, wo das Kollektiv im Prinzip wichtiger ist als das Individuum, dass dort die Normen vielleicht stärker wirken würden. Das war aber genau andersrum. Dass eigentlich eher in individualistischen Gesellschaften soziale Normen stärker wirken. Das ist erst mal ein überraschender Befund, dem man weiter nachgehen muss in dem Fall. Aber wir können festhalten, für soziale Normen generell, im Grof von dieser Metastudie, scheinen sie wirksam zu sein und sogar auch stärker wirksam als andere Interventionen. Also, zusammenfassend. Soziale Normen, das sind sozial geteilte Verhaltensregeln und Standards, die sowohl deskriptiv als auch preskriptiv sein können. Die sind ein wichtiger Baustein zur Erklärung und Förderung damit natürlich auch von umweltgerechten Verhalten. Und sie wirken vor allem dann, wenn sie implizit, also nicht übergestülpt, sondern einfach beobachtet werden, offensichtlich sind und von vielen Menschen, die uns ähnlich sind, gezeigt werden. Und sie sind kontextabhängig und deshalb nicht immer im gleichen Maß wirksam. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.